Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Setportal für den Hexendoktor. Wir reden jetzt vom Geist vom Arachyus. Es ist eher eines der leichteren Setportale. Also wenn ihr das noch offen habt, dann habt ihr auf jeden Fall Glück gehabt. Wo findet ihr das Ganze? In Axt 2. In der Oase ist der Teleporter und da müsst ihr mehr oder weniger ganz nach links laufen. Das ist ein bisschen weiter Laufweg, aber dafür ist das Portal total umso einfacher. Welche Aufgaben haben wir hier? Leckt 30 verschiedene Gegner mit einer Kröte. Das ist ein bisschen irreführend, denn wir können die Kröte schon mehrfach beschwören. Es zählt als eine. Das bedeutet also, die bewegt sich sowieso sehr langsam. Das könnt ihr leicht umschippen, indem ihr einfach die Kröte immer nach vorne setzt, in die nächsten Mobgruppe rein. Dann schlägt die Gegner ab und das zählt dann auch zum dementsprechenden Hauptziel. Ein bisschen schwieriger, beziehungsweise wo man ein bisschen mehr aufpassen muss, ist das zweite Hauptziel. Und zwar müssen wir hier Elite-Gegner mit Piranhas und der Spinnenkönigin gleichzeitig treffen. Was das bedeutet, ist folgendes. Piranhas ist natürlich ein Skill, den kann man reinziehen. Wenn der ready ist, setzen wir ihn einfach, wie ihr es schon gesehen habt, unter einem Elite-Gegner. Und das ist soweit kein Problem. Die Spinnenkönigin, die entsteht, sobald wir den Setboni aktiv haben, die muss dann dementsprechend noch hinlaufen. Das bedeutet, wir dürfen nicht zu viel Schaden haben, dass ein Piranado, also so einmal die Piranhas eingesetzt, direkt die Gegner töten. Sondern das Ganze sollte noch ein bisschen anhalten, damit eben im rechtzeitigen Moment auch die Spinnenkönigin hinkommt. Es gibt diverse Möglichkeiten, in denen man sagen kann, okay, also Skills noch wie die Leichenspinne. Da könnte man die Spinne kontrollieren, ist jetzt aber überhaupt nicht notwendig. Für uns bedeutet das also folgendermaßen, solltet ihr gerade Cooldown auf die Piranhas haben, dann wartet ihr kurz und geht erst dann weiter, um die nächsten Elite anzugreifen. Zeit ist mehr als genug. Ihr seht auch vom Mapaufbau her, ihr werdet in die ein oder andere Sackgasse laufen. Es befinden sich dort auch jeweils immer Gegner. Um das Portal zu meistern, müssen natürlich alle Gegner getötet werden. Das bedeutet also, ihr müsst sowieso alles genau ablaufen. Worauf es noch zusätzlich ein bisschen zu achten gilt, ist, setzt die Kröte früh genug ein. Versucht dieses Hauptziel so früh wie möglich abzuschließen. Denn dann habt ihr es mehr oder weniger hinter euch. Denn die Spinne macht natürlich so viel Schaden, da ist die Kröte meistens zu langsam. Also es ist ganz, ganz eine gute Idee, wenn ihr die Kröte nach vorne hinweg setzt, hinten noch ein bisschen wartet, bis die Kröte sich mal den ein oder anderen Gegner geschnappt hat und danach erst weiterlauft, bevor eure Spinne reingeht und alles tötet. Ja, das war es dann mehr oder weniger schon mal. Ihr seht schon, die Hauptseele, wenn die erfüllt sind und genügend Gegner getötet worden sind, werden diese auch eingezeichnet. Das bedeutet, es wird natürlich noch einfacher, um hier die Kröte richtig zu setzen. Das Einzige, was hier noch schief gehen könnte, wäre der Elite gewesen. Also da müsst ihr auch darauf warten, dass ihr hier alle Elite erwischt habt. Und danach ist das Portal auch schon abgeschlossen. In die Rüstkammer geworfen, im Blick auf das, was wir hier haben, wir spielen mehr oder weniger einfach diesen Durbu-Chicken-Build. Das bedeutet, das volle Arachyoset. Haben hier aber noch das Mana-Jumas an. Also wir hätten uns dann in Chicken verwandeln können. Geht aber nicht, denn wir müssen natürlich die Skillung so ändern, dass hier die Kröte entsteht. Die Piranados haben wir dabei. Ansonsten die Nemesis-Armschinen. Also hier waren keine weiteren Modifikationen der Skillung irgendwie notwendig. Es geht sich alles leicht aus. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könntet ihr noch zusätzlichen Ingiom reinnehmen, um dann nochmal ein bisschen Speed oder sowas zu bekommen. Aber wie gesagt, das war hier alles mehr oder weniger nicht notwendig. Und weil es oft gewünscht wurde, werfen wir trotzdem noch einen ganz kurzen Blick auf die Talente. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch im Link mit einer aufgedeckten Karte. Dann seht ihr, wie wir das genau gespielt haben. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch im Link mit einer aufgedeckten Karte. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch im Link mit einer aufgedeckten Karte. Untertitelung des ZDF, 2020